Dino Balacci war ein italienischer Fußballspieler und späterer Trainer. Als aktiver die meiste Zeit beim FC Bologna unter Vertrag. Koachte er später eine Reihe von Vereinen und erreichte mit der US-Karten Zaro den einzig Insenspiel um die Coppa Italia 1965-66. Spielerkarriere. Dino Balacci, geboren am 24. Mai 1924 in Bologna, begann mit dem Fußballspielen direkt in seiner Heimatstadt. Der dortige FC Bologna förderte das Talent des jungen Abwehrspielers und Balacci verbrachte dort seine Jugend. 1945, in einem Jahr, in dem in Italien der Spielbetrieb kriegsbedingt quasi stillstand, wurde Dino Balacci dann in die erste Mannschaft des FC Bologna aufgenommen. Von nun an spielte er 13 Jahre lang bis 1957 im Trikot des Footballclub und machte in dieser Zeit 306 Liga-Partien mit 8 Torerfolgen. Dabei erwischte Dino Balacci gerade eine relativ erfolglose Zeit des FC Bologna, während jeweils eine Generation vor und nach ihm zu Meisterrären kamen. Balacci konnte mit seiner Mannschaft nur einen Titel erringen. Die Coppa Alta Italia 1946 ist aber im Nachhinein betrachtet nicht von großer Bedeutung. 1957 verließ Dino Balacci den FC Bologna und schloss sich dem Azeleco an, wo er ein Jahr lang in der Serie B Fußball spielte und zu 28 Ligaspielen mit einem Tor kam. Nach dieser Saison ging er weiter zum FC Luca, einem ehemaligen Erstligisten, der mittlerweile in die Niederungen der Serie C-Hirap gesunken war. Hier machte Dino Balacci 29 Spiele ein Treffer, gelang dem Verteidiger nicht. In den folgenden Jahren war er noch für Carl Zico Portugua Rosumaga und den FC Civetano Wiese aktiv. Ehe er seine fußballerische Laufbahn 1962 im Alter von 38 Jahren beendete. Schon in seinem letzten Jahr als Spieler war Balacci parallel noch Trainer für den FC Civetano Wiese. In der Folge schlug er eine Laufbahn als Fußballcoach ein, die ihm Anstellungen bei einer ganzen Reihe von Vereinen in Italien einbrachte. Im Jahr 1954 brachte es Dino Balacci auch auf ein Länderspiel in der italienischen Fußballnationalmannschaft. Dieses absolvierte er beim 5-1-Sieg gegen Ägypten im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Bei dem Turnier selber wurde er von Nationaltrainer LaRos Cisler jedoch nicht berücksichtigt. Trainerkarriere Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als Fußballspieler wurde Dino Balacci Trainer. Wobei er seine erste Station noch als Spielertrainer von 1961 bis 1962 beim FC Civetano Wiese hatte. Nach Engagements bei Rovigo Calzico, dem AC Pato sowie dem AC Retschana kam Balacci im Sommer 1965 zum süditalienischen Zweitligisten US-Catenzaro. Wo er zwar nur ein Jahr angestellt war, dem Verein aber zum bis heute größten Erfolg in der Vereinsgeschichte verhalf. Während man in der Serie B mit Platz 10 nur einen Mittelfeldrang erreichen konnte, gelang in der Coppa Italia 1965 66. sensationell das Vordringen bis ins Endspiel. Nachdem man zuvor nacheinander den FC Messina, den SSC Neapel, Lazio Rom, den AC Turin sowie Inter Mailand ausgeschaltet hatte, wartete im Finale mit dem AC Florenz ein weiteres starre Ensemble. Und erneut konnte Catanzaro gut mithalten. Kurt Hamren brachte die Fiorentiner zwar in der ersten Halbzeit in Führung. Doch konnte Giuseppe Marchioro für die Süditaliener im zweiten Durchgang ausgleichen, so dass es nach dem Ende der regulären Spielzeit unentschieden stand. Eine Minute vor dem Ende der Verlängerung war es dann Mario Bertini, der den Traum vom ersten Titel der Vereinsgeschichte des US-Catenzaro zunichte machte und seinen AC Florenz zum Pokal-Triumf führte. Nach dieser einen erfolgreichen Saison endete Dino Balacis Trainerphase beim US-Catenzaro dann auch wieder, er ging für zwei Jahre zu CC Catania, mit dem in der Serie B spielte, in seiner zweiten Saison jedoch frühzeitig entlassen wurde. Nach je einem weiteren Jahr in Prato und Catanzaro arbeitete Balacis drei Jahre lang für den AC Arezzo in der Serie B. Ehe er 1973 bis 1974 die US-Alessandria koachte und mit dem norditalienischen Verein den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga erreichte. Ein erneuter Aufstieg gelang Balacis in der Folgesaison. Er führte den AC Pistoise von der damals noch viertklassigen Serie D in die dritthöchste Spielklasse des italienischen Vereinsfußballs. Im Folgejahr konnte man sich dort als Aufsteiger mit Platz 9 souverän den Klassenerhalt sichern. In den drei Folgejahren trainierte Balacis erneut den AC Arezzo in der dritten Liga, ehe er von Februar bis Juni 1980 den AC Ancona betreute. Nach seinem Engagement in Ancona war Dino Balacis zwei Spielzeiten lang erneut verantwortlicher an der Seitenlinie bei der US-Alessandria und schaffte mit dem Verein in der Serie C2 1981 den Aufstieg in die Serie C1. Im Jahr darauf folgte jedoch der direkte Wiederabstieg. Daraufhin hingelte Dino Balacis noch einige Jahre durch den unterklassigen italienischen Fußball. Ehe er 1988 in seiner dritten Amtszeit in Alessandria seine letzte Trainerstation hatte. Erfolge als Spieler Coppa Alta Italia 1x 1946 mit dem FC Bologna als Trainer in Spielteilnahme in der Coppa Italia 1x 1965 66 mit der US-Karten Zaro Serie C 1x 1973 74 mit der US-Alessandria Serie C2 1x 1 1980 81 mit der US-Alessandria Serie D 1x 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 1x